Sie hatte Geheimnisse. Sie ging nachts allein aus, um jemanden zu treffen. Deshalb hat die Polizei ihren Fall so schnell zu den Akten gelegt. Aufgrund unseres hübschen Podcasts würde es gut aussehen, wenn das eine Beamtin übernehmen würde. Das heißt, Sie haben mich ausgewählt, weil ich eine Frau bin? Wer war am Tatort? Und warum? Ich will diesem Dreckschwein wehtun! Wieso handeln Sie gegen unsere Anweisungen? Wen wollte sie da treffen?